Kassel hat eine neue Planiermeile. Die untere Königsstraße. Vier Wochen lang für Autos gesperrt. Ein Experiment geht an den Start. Autofrei? Oder autofreundlich? Warum ist es so schwer, eine Lösung zu finden? Und du? Flanierst du schon oder fährst du noch? Schreib uns in den Kommentaren. Mit der Psychologin Linda Leinweber reden wir gleich darüber, warum wir mit Veränderung nicht so gut klarkommen. Während die einen die autofreie Straße genießen. Die Kreuzung ist sonst sonst voll die Hölle. Und jetzt ist es voll gut so. Machen sich andere Sorgen, dass sich die Leute ihr Essen nicht mehr mit dem Auto abholen. Mir persönlich ist mir lieber so. Aber wenn ich das Geschäft an denke, ich habe nicht Bauchschmerzen. Weil im Monat geht es schnell rum, kommt Miete, Strom, Gas, Angestellten, Versicherungen. Blicken wir mal zurück. Ganz weit zurück. Nämlich ins Jahr 1961. Kaum zu glauben, da gab es exakt die gleiche Diskussion schon mal. Polizeibeamte montierten im Stadtzentrum von Kassel zahlreiche neue Verkehrsschilder und gaben damit den Startschuss zum Unternehmen Fußgänger-Oase. Damit hatte Kassel als erste deutsche Großstadt den Versuch unternommen, das Zentrum der Innenstadt ausschließlich den Fußgängern zu reservieren. Der Königsplatz trennt die obere und die untere Königstraße. Nach den guten Erfahrungen in der oberen Königstraße wurden in letzter Zeit mehrfach Stimmen laut, auch die untere Königstraße in das Sperrgebiet einzubeziehen. Wir befragten einige Geschäftsleute aus der unteren Königstraße, ob sie diese Einbeziehung wünschten. Ja, ich würde es von mir aus begrüßen als Geschäftsmann überhaupt, dass die untere Königstraße auch geschlossen wird, denn es hat sich gezeigt in der oberen Königstraße, dass diese Sache, diese Maßnahme angebracht war. Und Sie? Nein, ich bin nicht dafür. Warum? Mein Mann kann sich nicht mehr auf- und abladen. 60 Jahre später und nicht viel weiter. Gleicher Konflikt, gleiche Diskussion. Autofrei oder nicht? Wir fragen die Psychologin Linda Leinweber, warum uns Veränderungen schwerfallen. Man kann sich das dadurch erklären, dass unser Gehirn ein Routineorgan ist. Weil immer dann, wenn alles gleich läuft, also wenn du zum Beispiel jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit fährst oder wenn du jeden Tag das Gleiche anziehst, jeden Tag das Gleiche isst, dann kann dein Gehirn Kapazitäten sparen. Das kann dann nämlich in den Autopilot gehen. Und das ist etwas, was unser Gehirn immer anstrebt. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir Veränderungen erstmal wahrscheinlich eher abgeneigt gegenüberstehen. Abgeneigt stehen auch viele Geschäftsleute der autofreien Innenstadt gegenüber. Zurecht? Das stimmt in dieser Form nicht ganz, denn viele Studien beweisen, dass natürlich die Geschäftsleute am Anfang immer Vorbehalte gegen Sperrungen für den Autoverkehr haben. Aber wenn dann sozusagen der Raum umstrukturiert ist und man auch die Qualitäten des Außenraums später sieht, in den meisten Fällen die Geschäftsleute eigentlich dann doch sehr zufrieden mit dem sind, was da geschehen ist. Siehe 1961. Ach, sie hat sich gut ausgewirkt. Das Publikum hat Platz und hat Muße, ohne Störung des Verkehrs über die Straßen zu bummeln und die Auslagen zu betrachten. Und ich find's sehr gut und find's wirklich ordentlich. Nach 60 Jahren noch immer die gleiche Diskussion. Warum eigentlich? Bei solchen Veränderungen, die wir einfach noch nie ausprobiert haben, haben wir auch kognitiv gar nicht die Fähigkeiten wirklich uns vorzustellen, was das bis zum Ende bedeuten würde. Also sowohl die eine Gruppe hat viele Argumente dafür, das so beizubehalten, wie es ist, und die andere Gruppe hat Argumente, es zu verändern. Aber dadurch, dass wir nie diesen Schritt gegangen sind, zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus und gucken, was passiert, bleibt es immer nur so ein kognitives Durchdenken. Und wir sind gar nicht in der Lage, alle Einflussfaktoren und alle Veränderungen und Auswirkungen abschätzen zu können. Was es wirklich bedeuten würde, werden wir es einfach mal machen. Das hat man sich dann auch endlich mal in Kassel gedacht und nach Jahrzehnten den Schritt gewagt. Autofrei für vier Wochen. Und hier eine Ermutigung vom damaligen Bürgermeister. Die Sperrung hat zu keiner Verkehrsstockung in den anderen Straßen geführt. Im Gegenteil, der große Verkehrsring um die Innenstadt hat seine Verteilerfunktion jetzt erst richtig wahrnehmen können. Also vielleicht einfach mal machen. Dieser Weg führt zum Abo. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonnier uns.